Mittlerweile gewechselt, die einzelnen Gruppen sind wieder ein, geht weiter, gerückt und Tatjana Blisenko richtet sich das Sprungbrett noch einmal zurecht für den Aufgang am Schwebebalken mit einem nur 10 cm breiten Gerät, auf das die Damen mit traumwandlerischer Sicherheit zumeist turnen. Aufgang, wie er spektakulärer nicht hätte. Tja, da ist der Weg nicht der weit, zur Artistik, anstand auf engen Arm, ohne Wackler, ohne Zittern. Drei Überlag vorwärts. So, und jetzt noch der Abgang, wenn der passt, dann ist die Führung von Petiokina in Gefahr. Und der passt auch, das war schon in der Qualifikation so, das ist auch im Training bei ihr immer wieder zu erwarten, diese Tatjana Blisenko ist an diesem Gerät wirklich eine Bank und der Aufgang ist es wert, ihn noch einmal anzuschauen, eine Radwende, ein Überschlag rückwärts und dann geht es auch gleich ohne Punkt und Komma, ohne Stopp und Pause weiter mit zwei freien Überschlägen.